Frontschaber! Frontschaber-Alarm! Ah! Untersteuern! Das ist schon ein Wahnsinn, dass es überhaupt ohne Schneeketten hier hochkommt. Ich hätte euch doch den Knopf drücken sollen. Am Sport ist immer gut! Gibt es auch eine Schneetaste! Ich glaube nicht! So, jetzt soll ich mal wieder anfangen. Ja, ich weiß, es stimmt mit mir! Ah, die Elektronik! Irgendwie fehlt es doch an Traktion! Du kannst dich mal auf die Motorhaube setzen! Das ist wie eine Wippe! Die kurzen Bahn hier hoch! Vor allem regt das Gas immer hoch! Wir sind am zweiten Gang! Vielleicht kommt es noch besser! Es ist langsam in der S-Klasse, wenn es so eine Sekunde verzögert kommt! Ja! Das ist aber blöd! Guck mal, da kommt der Schnee geflogen! Ja, der zweite Gang ist auf jeden Fall schnell! Ein bisschen besser! Ah! Nicht schon die Mauer! Ich hab schon gesagt, dass sei dein Auto noch mal genau einschaut! Ja! Hast du gut gemacht! Na guck, geht ja doch! Aber berg runter nachher! Ja! Stehen nur noch! Egal! Macht trotzdem Spaß! Geile Strecke! Achtung Kurve! Lenken Sie jetzt? Ah! Wenn ich lenke und die Reaktion kommt, dann versuchen... Nein, das weiß ich auch immer wieder... ...und ein Meter später! Das ist scheiße untersteuernder! Der Vater war auch so doof mit seinem Mercedes, oder? Ja, oder? Ich will mal einen neuen haben! Das ist schon irgendwie... Ängstig, wenn ich bin! Hurra, aber ein bisschen angekommen! Hier, ne? Der BMW ist hier hochgekracht! Der BMW ist geil, gell? Ohhhh! Der macht richtig laute! Ohhhh! Überspäder! Das wäre mir vom Fahren auch am besten gefallen! Hey! Ich dachte, der Audi ging! Ja, aber der Audi ist ein bisschen komisch! Manchmal geht er vorne wieder weg! Der steuert er wieder! Der könnte richtig klasse fahren! Leggolfäder! Ich hab gedacht, ich bin im falschen Film! Richtig schön hecklöbel mäßig mit Traktion! Juh! Und das ist ja ein Allrad, oder? Ja, genau! Ich glaube, vom Henrikurs hat mir der auch am besten gefallen! Der war genial! Ja! 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 Der hat mir jetzt eine Handbremse! Die scheiß modernen Autos haben wir auch! Aber wir knüpfen da! Das freut sich gar nicht mehr! Ja! Die vermiesen mir immer halt jeden Spaß! Ja! Ehrlich! Und dann ja! Ja, das ist ein Riesenrad! Ja! 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 Ja, das ist klar! Ja! Oh, die Verhältnisse sind ja gerade nicht! Ach so! Das ist ein richtig gutes Glück vom Schnee hier, muss ich sagen. Wie den Schnee hochflog, das müssen wir rausputzen. Wie der Schnee da hochflog, war auch nicht schlecht. Der geht richtig gut, das glaubst du nicht, das Ding. Fahr voll an der Basis. Ich sagte, er scheint recht verzögert vom Gasrad, aber das Ding hat eine Tranktion und das rutscht nicht. Super, dann freue ich mich ja. Das ist genial. Dankeschön. Ja, danke dir. Stück.